Wir wünschen euch ein frohes Fest, um dass es kräftig schneit, ein richtig weißes Weihnachtsfest und eine schöne Zeit. Das Christzidat uns angelacht und einen Wunsch bestellt. Wir haben was für euch gemacht und hoffen, wenn es gefällt. Wir wünschen euch ein frohes Fest, ein gutes neues Jahr, dass wir uns alle wiedersehen, so wie es im alten war. Kein übervoller Gabentisch darauf kommt es nicht an. Gesundheit ist der größte Wunsch, die man Freunden schenken kann. Kein übervoller Gabentisch darauf kommt es nicht an. Gesundheit ist der größte Wunsch, die man Freunden schenken kann. Gesundheit ist der größte Wunsch, die man Freunden schenken kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.